Hallo und herzlich willkommen zurück bei Space Hulk Deathwing. Wir sind in Kapitel 3. Du gehst an Bord der Nornsgeist. Sind das eigentlich immer verschiedene Schiffe? Ich dachte immer das ist ein riesiges. Ja gut, die sind an sich schon riesig, aber ok. Ähm, schauen wir mal. Um die Operation zu zerstören versuchen Hybriden aus Genstealern und Menschen, einen Teil des Space Hulk in der Gravitationsfläche zu erweitern. Nach einem blutigen Gefecht besiegten wir sie und zerstörten viele der Nester... Hä, das ist doch das alte noch? Fuck you! Gut, Einsatzbestimmung, los geht's. Wir holen einen feinsten Dark Angels Beacon-Signal. Von einem Punkt, wo kein Warrior aus dem Kapitel sein sollte. Es scheint zu originieren aus dem Cluster der Schiffe, die wir glauben, können ein älteres Dark Angels Vessel sein. Du musst die Seite bequeren und die Beacon-Origin investigieren. Proceed mit Caution, Bruder. Die Geheimnisse des Vergangenes zu uns. Äh, klar! Hopp! Hau rein! Vor Sie, Emperor! Halt! Habe ich eine neue Psy-Fähigkeit gehabt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht hat sich einer verlaufen. Äh, wo bin ich hier? Okay. Das darf... Ich darf eigentlich gar nicht Witze drüber machen. Wie man sich verläuft. Weil ich habe mich zigmal verlaufen in dem Spiel. Ich meine, sieh hier letzte Mission, wo ich dann... Beim ersten Mal ja verreckt bin. Und erstmal in 15 Minuten um... Weh. Okay, ich muss da durch. Mich stört jetzt, dass hier Gas ist. Ist das richtiges Gas, oder ist das einfach nur heiß? Keine Ahnung. Ja, okay. Ich hätte hier auch rein können, klar. Super. Äh... Okay, klar. Gehen wir einfach in die Rohre. Wir haben gerade nichts besseres zu tun. Aber wir werden Geschwindigkeit aufbauen. Wir wollen hier den ganzen Tag herum stehen. Ich weiß, das ist eine fette Rüstung. Man müsste dann irgendwie länger rennen können. Na gut. Es wundert einen, wieso das überhaupt rennen kann. Was der Hölle ist denn das? Hä? Nordens Geist. WTF, Alter, wo bin ich denn jetzt? Das ist ja geil. Sind irgendwie Gegner? Nö. Oh doch, da unten. Hey, Ladies! Juhu! Hau weg, die Scheiße! Oh, wo kommst du jetzt her? Der muss weg. Alter, weg! Wie du lebst noch? Boah! Kleine Bitch, Alter! Fertig! Oh, warte, da ist noch einer. Alter, mit dem ich singe! Verpiss dich! For the Emperor! Mehr weiß ich leider nicht. Wie gesagt, ich kenn mich in der Lore, es ist jetzt so gut aus, dass ich jetzt hier wozu die Dinge raushauen könnte. Immer feste drauf, man sieht nix, man weiß bloß, dass da was ist. Peilsender finden! Peilsender finden! De, 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 de. Wo sind sie? Wo sind sie? Äh, ah ja, nach rechts drücken. Wir sollen uns halt echt mehr mit der Karte arrangieren. Das heißt hier dann, oder wir gehen gleich links. Da geht's wieder runter. Hinter uns. Okay, die sind noch weiter weg. Die können mich am Arsch lecken, Alter. Ich soll sie verpissen, ey. Drecksgesindel. Die wollen mir nur mein Lolli klauen. Not alone, das ist einer. Außerdem sind wir nie alleine. Wir sind so drinnen unterwegs, Mann. Glaube, keine Scheiße, Junge. Oh. Oh, 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 oh. Was zur Hölle da. Burn, motherfucker, burn. Kommt ruhig her. Genug Munition für alle. Ey. Alter, wie viel sind da? Ich dachte, das ist einer. Alter, wie viel sind da? Ich dachte, das ist einer. Was ist denn weggefetzt? Oder was ist mit dem passiert? Alter, hab ich den voll weggebrutzelt? Da ist ja nichts übrig geblieben. Oh, warte mal, hinter dir ist einer. Du 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 du. Mal gleich mal zu hier. Kleiner Arschloch kann dahinter der Tür bleiben. Könnt ihr eigentlich die Türen aufbrechen? Verdammte Scheiße, das weiß ich gar nicht. Der hat die Türen einfach nicht aufzubringen, ganz einfach, ist ab jetzt verboten, ist gegen die Regel, gegen jede Regel. Okay wir müssen davor und dann rum ums Eck, hallo, mach mal auf, ah jetzt er. Hallo bitches, I'm home, was gibt's zu essen? Boah ihr Wichser, tämliche Arschgeigen, ja ja du mich auch, weißt du drehst dich um, als ich angehört hab, wie wenn es hinter uns wär, dabei sind sie alle vor ein, war zur Hölle, bleib jetzt mal hier, dankeschön, ey was der lebt noch, he 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 Oh fuck hinter uns, voll drauf leute, kommen die hinter uns auch, also hier leuchtet das ganze scheiß, oh verpiss dich man, oh ich kick dich weg alter, ach leut, oh 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 ohOT ist mir da eine? Alter Leute! Die geben mir auf den sack hier. Warum liegt da eine? Ist das ne falle oder? Ihr kleinen Mist Geburten, Alter. Liegt da tatsächlich einer? Meine Jungs übertreibt es manchmal, habe ich das Gefühl Oder der hat einfach seine Entgegnung unter Kontrolle Die Arma-Signal identifizt die Resten als Bruder Maegon, ein Engel schmerz aus den earliesten Tagen der Welt Along mit vielen Brüdern, er wurde verloren mit dem ship Caliban's will Das muss sein, das wir gefunden haben Es war einer der Kruisern, die zurückgebracht hat in Caliban mit Luthor während der Zeit der Heresie, 10.000 Jahre alt Das hat unsere Gefühle Wir müssen den Faden von Caliban's will und der seiner Kruisern Bruder Repistolari, benutze deine Macht, um was du kannst von Maegon Ähm, klar Was ist jetzt los? Hä? WTF, ich spiele das jetzt? Hallo? Ihr fliegt über den Blut rum Kann es sein, dass ich jetzt in dem sein Erinnerungen bin? Okay, das ist geil Natürlich Warhammer-Light Ich habe einen dritten Ort gesehen Ich habe einen dritten Ort gesehen irgendwo unter den Kaliban's will und innerhalb ein... ein... ein Artefakt Es ist diese Prise, die uns hier gebracht Verbindete mit den Umständen der Zukunft des Desasteres ... Schade des Leidens Wenn die Visions des Librariums sind wahr Das Kapitel ist vielleicht eine Katastrophe vielleicht Extinktion Entschuldigung Entschuldigung Die neue Priorität ist, um den Kaliban's will und dieses Artefakt zu beschreiben Ich habe es doch genau gesehen Das war nur eine Eisenmaschine, Mann Warte Ist das Ding jetzt zu? Der psychische Backwasher von meinem Mental-Scan hat erwähnt ein dormant Gen-Steeler Sie sind für einen Atacke Exterminate sie bevor sie eine sufficiente Kraft Sollen sie doch kommen, Alter Ich mach die alle vom weg, halt Kommt ihr... Fuck, Alter Ihr dreckiges Da, schau auf Bitte schön Weggebrutzelt, Mann Auslöschen Ach, die sind da hinten Alter, wie ich halt die ganze Gruppe wegradiert hab Alter, da unten und da unten What the fuck, Alter, das ist ja Hey, das ist schon raus wieder gegangen, oder? Was soll denn das sonst sein? Da oben? Collapsed Area Da könnte es vielleicht hingehen Container Storage, ne, okay, das würde das sein Collapsed Area Water Handling Ach, wenn interessiert's, scheiß da der Hund drauf Los geht's Die Viecher töten sich nicht von alleine Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht Was fressen die eigentlich, wenn keiner da ist? Sich selber? Was aber hier schön ist Ja, ein bisschen pink würde ich ja gut tun Was sind die eigentlich hinter uns, die Asche? Das ist schon wieder Oh, Abwasserrohr Oder Keine Ahnung Vielleicht sammeln sie hier das Schwitzwasser, Alter Die schwitzen von den ganzen Leuten Mittlerweile weiß ich, dass ich die Karte gut benutzen muss Weil sonst bin ich voll am Arsch Mach mal auf hier Oh, okay Leute, rein mit euch Ich muss hier zumachen Kannst du mal hier reinkommen jetzt bitte? Dankeschön Dankeschön Nein, nicht vorlaufen Verpisst euch Abschließen Zack Rückendeckung Damit sie das scheißdreckige Pack mit zu uns reinkommen Scheißdrecks Wir werden euch alle vernichten und noch mehr Äh Ach ja, stimmt ja, da war ja was Hau weg die Wand Ja, klar Ich werde Wow Mach mal zu hier Wir können da drin bleiben Ich muss ja eh woanders hin Trämmelchen, vollidioten Was, der hat einfach die Tür zugemacht? Was ist das für ein Arsch? Äh Da runter Und dann links Hier dürfen keine Gegner kommen Hier gibt es keine Türen zum zumachen Oh, hier oben sind welche, oder? Mach mal auf da Oh, die lösen sich wirklich auf Wenn ich die komplett wegbrutzle, alter Äh, fuck you Halt mich mal Oh, ja Also, das ist Boah Fahrt zur Hölle Oh, oh Hier ist oder irgendwo einer Weg mit dir Der platzt vor Freude, Mann Ich glaube, wir sollten hier schauen, dass man weiterkommt Weg da Weg da Bleibt da hier drin in eurem Loch Wow, 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 wow Anfassen ist nicht gestattet Können wir diese Löcher eigentlich zerstören? Ich glaube, man Wow Ah, scheiße Alter, wir sollten weiter War vielleicht leicht verschwindet Oh, wow Äh Äh Was müssen wir da auslöschen? Wo ist er denn das? Boah, was du lebst noch Was bist du? Wann wir das zerstören? Was müssen wir denn da machen? Achso, ich muss da nur in der Morde Was? Äh Scheiß Selbstmordwichse, alter Wo sind wir hier? Scheiß Talimann, alter Ich komme hier nur danein oder muss ich da oben irgendwas zerstören? Boah einer ist tot, was will hier passieren? Auslöschen, oder muss ich einfach nur das Eis töten? Missionsziel erfüllt, achso das war es schon, ok cool, Missionsziel abgeschlossen, sehr geil, blablabla, wir haben eine Erlösung, uuuuuh, dann geht die Folge jetzt halt mal ausnahmsweise nur 17 Minuten, oder mache ich das jetzt insgesamt? Ne, das war es jetzt dann jetzt mit dieser Folge, weil ich muss jetzt noch schnell, bevor ich jetzt die weitermache, muss ich noch schnell was machen, ähm, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum zweiten Teil des Kapitel 3, Servus! … …